hallo und recht herzlich willkommen zurück zu uncharted 4 so wir müssen zu dem auto und habe ich aber jetzt keinen plan wo wir jetzt lang müssen wir jetzt glaube ich den fahrstuhl runter gelassen ich glaube hier oben ist es weitergehen oder auch nicht okay schauen wir mal ich glaube wir müssen da hoch okay so lehle dann gehen wir da hoch aber gerade noch geschafft leute das hier zweite pistole ne ich nehme die hier die ist sonst zu schnell leer ok wo geht es zum auto von weiter oben können wir es leichter finden ja gute idee probieren wir es mal hier ah hier glaube ich geht heute oder ich glaube wir müssen jetzt hier rüber dann gehen wir mal hier rüber holen wir es uns wieder holen wir es uns wieder würde ich sagen genau als wäre das sniper hier nicht schlecht wenn sie aber ich da runter rutsche wenn ich hier rüber gehe sieht schon so was gern mit dem schlamm jedenfalls scharf schütze hier 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 Scharfschutz in oben Scharfschutz habe ich 120 Schuss Da oben ist noch einer Okay, dann haben wir auch Sehr gut Müssten wir ja gleich am Auto sein Wer schießt denn hier auf mich? Ah, da, okay Okay So, dann werde ich sagen, wir sind am Auto Schuss sind da drin, 60 Halt die doch lieber die Waffe hier Oh, gelbe Ah ja, X Okay, nehmen wir die So, und renn ins Auto Hey, siehst du einen Weg raus? Plus abwärts Bei den Fällen ist eine Öffnung Plus abwärts Probieren wir uns mal hier lang Okay Okay, hier geht es definitiv nicht weiter Okay Ja, nur Devin ist dann wohl da oben Dann nichts wie hoch Okay Eine Frage hätte ich Wieso will Rafe Adler Averys Scheiß Das Geld braucht er ja Er will den Ruhm Er will keiner sein, der nur durch sein Erbereich Geworden ist Davonlaufen gibt es für ihn nicht Tja, Rafe und Shawline passen gut zusammen Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld Dann schauen, wo ich gelang muss Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt Sie hofft bestimmt hiermit wieder groß raus zu kommen Okay, hier bin ich wieder am Anfang Aber da glaube ich sieht es nicht schlecht aus Fahren wir mal darüber Vielleicht kommen wir da entlang Oh Gott Okay, ich glaube hier Hier geht es auch nicht weiter Aber da sind auf jeden Fall Kletterpunkte Okay, ich stehe nochmal aus Ach, da komme ich ja auch nicht hoch, gell Nö, schaut nicht so aus Ist sie jetzt immer noch drin Da muss es ja eigentlich irgendwo da hinten weiter gehen Schnell甚ope Hierin Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 So weit, so gut. Weiter flussaufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. So ein Pech aber auch. Ja, was machen die jetzt? Wird die da drin sitzen oder was? Ich habe gerade keine Möglichkeit gehabt im Auto. Hä? Hier kann man doch aber nirgendwo hochfahren. Hier hoch? Hier hoch eventuell? Ah, okay. Dann muss ich hier mit dem Auto hochfahren. Okay. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe ihn gefeiert hat... Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er flieht. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcasa-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Ist das hier in so einer Hülle oder sowas? Und jetzt bin ich richtig nass. Hä? Schön, Kühl! Schön, Kühl! Was für eine verrückte Vorricht. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. So. Fahr mal lieber mal hier runter. Dann fahr mal das Auto, glaube ich, sagen, gleich mal hier rein. Ah, nee, kann man ja da rein, oder? Okay, der hängt noch da oben. Wir müssen noch ein bisschen warten. Steigen wir mal aus. Probieren wir es mal. Okay, sehen wir uns auf. Ziehen wir uns das mal an. Ah, okay. Verstehen. Tun wir mal die Winde hier rum. Soll das helfen? Werden Sie? Oh. Wart geht's mal an? Mensch. Das hat nur nichts gebracht. Das Wasserrad steht stehen. Das hilft uns aber nicht. Na gut, versuchen wir etwas ab. Ich lasse es aber jetzt trotzdem mal dran. Vielleicht brauche ich es ja später noch. Hochklettern kann ich ja anscheinend nicht, oder? Nee. Aber hier kann ich hochklettern, oder? Nee. Hochklettern. 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 Geh mal hier rüber. Okay, hier ist auch noch. Ah, okay. Ich habe ja auch krank gesehen. Ich habe ja auch krank gesehen. Ich habe ja auch krank gesehen. Ja, da mach mal. Okay. Zieh. Hey, Nate. Aus dem Weg. Wo soll ich denn hin gehen, Mensch? Und jetzt? Jetzt komme ich hoch. Danke. Genau, jetzt haben wir hier einen Kletterpunkt freigeschaltet. Oh, mein Gott. Geh rein, okay. Hoch hier. Oh, mein Gott. Okay. Da, Kiste. Okay. Jetzt schiemen wir uns mal hier lang. Da wäre ja klar. Ist nur irgendwas anderes? Ah, da. Okay. Okay. Ja. So. So, das ist was er hat. Schauen wir mal. Okay. Sehr gut. So. Los geht's. Jetzt hoffe ich mal, dass der Fahrstuhl jetzt geht. Yep. Schaut gut aus. Mist, ich komme. Nein. Hey! Noch lade ihn, noch lade ihn. Helena, alles klar bei dir? Ja, alles klar. Aber das Auto sind ein paar Löcher. Ja, weg. Ist schon wieder geil, weil ich schon wieder keine Munition habe. Das ist nicht geil, wenn wir Munition holen. Bam, 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 bam. Oh, die, oder? Ja. Naid? Naid! 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 Das ist doch mal. ein schuss das mischt was das doch gut also elf schuss auch nicht eine pause okay ich dann aber weitergeht schauen wir uns auf jeden fall nächsten folgern wenn es euch ein bisschen gefallen hat wegen natürlich über den daumen nach oben freuen oder auch über ein abo und ansonsten sehen wir uns das nächste mal euer andy